In Anerkennung langjährig erworbener Verdienste im Brandschutz und bei der Hilfeleistung der Feuerwehren des Landes Niedersachsen verleihe ich Herrn Ersten Hauptbrandmeister Jörg Rosenauer, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Lehrte, Ortsfeuerwehr Alten, das Feuerwehr Ehrenzeichen für 40-jährige Verdienste des Landes Niedersachsen, Hannover, den 25. Januar 2020, der niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius. Von der Region Hannover, in dankbarer Anerkennung der Verdienste auf dem Gebiet des Feuerlöschwesens, hat sie der Minister für Inneres und Sport des Landes Niedersachsen heute geehrt. Ich spreche Herrn Ersten Hauptbrandmeister Jörg Rosenauer auf diesem Wege herzliche Glückwünsche aus, Hauke Jagau, Regionspräsident. Ja, jetzt musst du durch, ne? Das machst du ja eigentlich immer. Das Anbringen der Ehrennadel macht sonst immer der Stadtbraumeister für mich, von daher muss ich da jetzt mal, aber ich glaube, ich hätte es geschafft. Und wir gratulieren unserem Geehrten mit einem dreifachen Kräftigen Gut! Wer? 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 Dankeschön.